Nur, weil du nicht weißt, wo es lang geht, heißt es noch lange nicht, dass es mir auch so geht. Oder von der Behinderung durch andere Menschen in unserem Leben. Wer ist stärker oder loyaler? Ich nehme mal diesen Satz am Anfang. Nur, weil du nicht weißt, wo es lang geht, heißt es noch lange nicht, dass es mir auch so geht. Und wie oft sind wir mit Menschen zusammen, die etwas nicht wissen, die etwas nicht können, die sich etwas nicht trauen, die dich für sich in Anspruch nehmen, tatsächlich für sich in Anspruch nehmen, weil sie einen Begleiter, eine Begleiterin brauchen, weil sie andere Menschen brauchen, die einfach ihr Leben mit ihnen teilen. Aber es ist natürlich nicht deren Leben, sondern diese Menschen teilen das nur temporär oder für eine gewisse Zeit mit diesen anderen Menschen. Und wie oft geht es uns in unserem Leben, dass wir mit Menschen zusammen sind, wo wir sehr schnell durchschauen und begreifen, dass sie etwas nicht verstehen, dass sie etwas nicht können, dass sie zu etwas nicht in der Lage sind, dass sie etwas nicht wollen, dass sie nur ihr eigenes haben und wir gehen dann mit denen, freundschaftlich verbunden, in Beziehung verbunden, in einer politischen Partei verbunden, den Weg gemeinsam. Aber ein Weg, den wir eigentlich nicht immer gemeinsam gehen und teilen können. Und den wir auch ganz oft, und darauf kommt es hier an, als Behinderung empfinden und sagen, wenn ich alleine wäre oder wenn ich mit anderen Menschen wäre, dann würde ich das jetzt nicht tun. Dann würde ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich würde es nicht machen, sondern ich würde es anders machen. Ich würde es deswegen anders machen, weil ich mir selber vertrauen kann, weil ich weiß oder glaube zu wissen, wo es lang geht. Und da ist natürlich die Frage, was passiert mit denen, ich nenne sie jetzt mal Mitläufer und Mitläuferinnen von anderen Menschen. Wie oft passiert das? Wie oft sehe ich das in meinem Leben? Wie viele Menschen gehen diesen Weg und sie übernehmen nicht die eigene und persönliche Verantwortung für das, was sie tun oder was sie tun könnten. Nein, sie laufen stattdessen mit anderen mit, obwohl sie wieder besseren Wissens etwas anderes tun müssten. Und das ist ja der Sinn der Auseinandersetzung oder generell der Sinn der Konflikthaftigkeit, die wir immer wieder als Herausforderung haben in unserem Leben. Und dann stellt sich die Frage, wer ist stärker von den beiden? Der eine, der sich durchsetzt und sagt, du gehst mit mir und ich will, dass du das so tust, weil du meine Ehepartnerin bist, mein Ehepartner, mein Freund, mein Parteikollege, mein Mitpilot im Flugzeug, wenn ich jetzt in einem, was weiß ich, Flugzeug sitze und da etwas mache. Und das ist die Frage, wer ist da stärker oder wer ist loyaler, wer läuft da mit? Und wenn ich das gerade an dem Beispiel Flugzeug aufgemacht habe, wie oft ist das passiert, dass bei Flugzeugunglücken oder wirklich großen Problemen, die da entstehen können, sehr schnell entstehen können, jemand nicht eingegriffen hat, weil eben da der Käpt'n saß und der hatte den Rang des Käpt'ns. Und der andere war eben untergeordnet im Sinne des Co-Pilots. Und das ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung. Wie oft wissen wir es besser, tatsächlich besser? Und wie oft können wir etwas besser? Und wie oft sind wir vorsichtiger, behutsamer, was auch immer notwendig ist, um etwas zu tun? Aber wir sind es nicht und wir tun es nicht, weil wir in falschen Loyalitäten mit anderen Menschen verbunden sind. Ich betone wirklich falsche Loyalität. Und das kann natürlich dann nochmal durch eine Hierarchie oder Ranghaftigkeiten betont sein und verstärkt sein, aber es ist auch grundsätzlich vorhanden und nicht unbedingt davon abhängig. Und optimalerweise sollte es sein, ich benutze diesen Ausdruck hier, optimalerweise sollte es doch so sein, dass wir miteinander stets, alle miteinander entscheiden und tun und zusammen sind und der eine vom anderen partizipiert, aber sich nicht der eine dem anderen blind unterordnet und blind führen lässt und all die Möglichkeiten. Und das ist eine echte Problematik, die Menschen immer wieder haben. Und insofern ist tatsächlich das Optimale, das in einem Miteinander zu gestalten, und das ist ja auch meinetwegen, ich betone das auch oft, der Sinn von Demokratie, dass das Optimalste, das Möglichste, das für alle Beteiligten Wichtige eben zum Zuge kommt und niemand untergeht und schon gar nicht Mehrheiten untergehen durch Minderheiten. Und das Problem haben wir sehr oft, dass Mehrheiten, die sogenannten stillen, schweigenden Mehrheiten untergehen durch Minderheiten, die sie bestimmen, ganz krass und stark in einer Autokratie, in einer Diktatur oder in einem Familiendespot, der herrscht oder einer Familiendespotin, um die Frauen gleich hier mit einzubeziehen, die das ja auch oft sind, leider, neben den Männern natürlich. Nur weil du es nicht weißt oder nur weil du nicht weißt, wo es lang geht, heißt das noch lange nicht, dass es mir auch so geht, mir geht es nicht so. Deswegen diese Aufmerksamkeit, diese Zivilcourage, dieses Vermögen einzugreifen und nicht falsche Loyalitäten miteinander einzugehen, zu sagen, Halt, das will ich jetzt nicht, das tue ich nicht. Ich gehe so weit, aber nicht weiter. Das musst du mit dir selber ausmachen, aber ich werde dich darin nicht unterstützen. Und wie oft haben wir dann falsche Unterstützerinnen und falsche Unterstützer in unserem Leben, weil das eben nicht funktioniert. Weil man nicht letztendlich die Verantwortung für sich selbst trägt in der Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit. Diese Verantwortung und Freiheit, die das ja bedeutet. Ich betone immer wieder, dass Freiheit und Verantwortung unmittelbar zusammengehören. Jeder Mensch hat einen Freiheitsanspruch und eine Freiheitsmöglichkeit. Und das bedeutet gleichzeitig Verantwortung in der Herausforderung. Kann ich das jetzt verantworten oder kann ich das eben nicht verantworten, was da gerade passiert? Und insofern behindern wir uns als Menschen sehr, sehr häufig. Und das sind eigentlich Behinderungen, die nicht notwendig wären, weil das gemeinsame Potenzial eigentlich vorhanden ist. Und es dann eben auch bedeutet, dass wir für jemanden, der etwas nicht durchschaut oder nicht bemerkt oder zu dumm ist oder was auch immer ist, also der in dem Sinne nicht stark genug ist oder in dem Sinne auch behindert ist, nehmen wir ruhig den Begriff Behinderung, dass wir mit dem nicht weitergehen können dann oder nur zu bestimmten Dingen gehen können, aber uns dessen oder deren Behinderung nicht unterordnen oder deren Unvollkommenheit oder deren Gefährlichkeit damit auch unterordnen und damit enorme Probleme entstehen. Sondern es geht immer darum, dass diejenige oder derjenige, wenn wir schon so sagen, die Zügel übernimmt oder das Beherrschen übernimmt, wenn es notwendig ist, weil die einfach das bessere Potenzial haben zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann, wenn wir eine Gruppe von Menschen betrachten, mal der sein, mal ein anderer sein. Und beim dritten Mal ist es schon wieder jemand anders in der Gruppierung. Das wäre eigentlich das Optimale, dass immer das Beste oder Notwendigste und Wichtigste zum Zuge kommt und nicht eben falsche Bedingungen, ein falsches Miteinander in Form eben dieser schädlichen Loyalitäten entsteht. Und insofern an jeden von uns immer wieder die Herausforderung, sich dessen bewusst zu sein, was das bedeuten kann in einer beliebigen Alltagssituation meinetwegen, in die wir geraten. Da geraten wir immer wieder hinein in diese Sachen. Zu was sage ich Ja und Amen und zu was eben nicht. Wo leiste ich einen Widerspruch? Wo leiste ich einen Widerstand? Wo ziehe ich mich zurück? Wo mache ich etwas anderes und wo kehre ich um? Wo kehre ich mich dann beispielsweise von einem Menschen ab, der dann wirklich nur noch destruktiv ist? Was mache ich mit und was mache ich nicht mit? Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind ganz konkrete alltägliche Herausforderungen, die jeder von uns, jede von uns stets und ständig hat. Und insofern behindern sich Menschen immer wieder gegenseitig. Und das führt oft zu großen Problemen, die daraus entstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.